Willkommen im Eichforum, dem Ort der Begegnung für Unternehmer. Buchen Sie unser agiles Büro, ob Einzel- oder Zweierbüro. Die Ausstattung wählen Sie selbst und individuell. Ob Rollcontainer und Schließfach, Computer mit 100 Mbit Internetzugang und WLAN, Telefon und Nutzung von Multifunktionsgeräten. Für den Bewegungsausgleich sind unsere Schreibtische höhenverstellbar. Die Büros sind tages-, Wochen- oder monatsweise mietbar. Perfekt, um fokussiert und flexibel zu arbeiten. Den Kaffee, Espresso oder sonstiges für zwischendurch oder zum Relaxen können Sie im Kaffeebereich genießen. Auch eine Küche steht zur Verfügung. Im ersten Stock des Eichforums können Sie die beiden Dachterrassen oder das Foyer zum Entspannen nutzen. Sie können jederzeit und 24-7 flexibel arbeiten. Im Obergeschoss steht die Kommunikation im Vordergrund. An Stehtischen und im Loungebereich kann sich ausgetauscht werden. Tagungs- und Konferenzräume stehen für bis zu 80 Leute mit Größen von 15, 60 und 120 Quadratmetern und moderner Ausstattung zur Verfügung. Die Bestuhlung ist flexibel und nach Wunsch. Auch ein Catering kann für das Rundum-Sorglos-Paket dazu gebucht werden. So entstehen bei guter Stimmung garantiert auch gute Ergebnisse. Das Eichforum lädt auch zu Firmenfeiern ein. Begrüßen Sie bis zu 80 Gäste in stimmungsvoller und moderner Atmosphäre zum Genießen und Networking. Nutzen Sie das Eichforum für Ihre neue Location. Unser Team freut sich auf Sie.